Wir sind bei Lars Mayer. Das ist der Mann, nicht der, zu einer Agenturbesichtigung. Lars, wen haben wir hier? Das ist unser Mitarbeiter des Monats, den wir da dann immer in die Ecke stellen. Was kann der? Der ist, wenn Rechnungen offen bleiben, schicken wir den rum. Oh, und hier sehe ich auch was Spannendes, Lars. Da sehe ich eine 25. Was hat die denn mit dir zu tun? Große Bedeutung dieses Jahr, 25 Jahre Selbstständigkeit. Ich bin Anfang des Jahres zu einer Vernissage gegangen, habe das Bild gesehen, habe gesagt, okay, das will ich kaufen. Ohne zu wissen, wie teuer es ist, aber Gott sei Dank macht 4.000 günstige Bilder. Und da, 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 das ist sie, oder? Das ist sie? Das ist, ja, wir haben keine Couch, wir sind seriös, wir haben eine Bank. Und wir haben Lars Mayer bei Talk.Dot.